Was ist Hautkrebs? Hautkrebs ist ein bösartiger Tumor der Haut, der von den Hautzellen oder den Pigmentzellen ausgeht. Es gibt den weissen Hautkrebs und den schwarzen. Der weisse kommt gerade von der Oberhaut und der schwarze entsteht aus diesen Pigmentzellen, die in den Mutomalen vorhanden sind. Was ist Hautkrebs? Die meisten Menschen haben ja mehrere braune Flecken. Entsteht plötzlich ein brauner Fleck, der sich unterscheidet von den anderen, die man hat? Wird auch als ugly duck, als hässliches Entlein bezeichnet, dann muss man sich fragen, ob da nicht etwas Bösartiges entstanden ist. Auszeichnet dadurch, dass die Veränderung knotig wird, mit der Zeit auch bluten kann und auch Farbveränderungen entwickeln kann. Was ist die Hauptursache für Hautkrebs? Was ist die Schädigung der Erbsubstanz dieser Zellen? Das ist die DNA in jeder einzelnen Zelle, die dann nachher falsche Signale sendet und unkontrolliert wuchert. Was ist die Schädigung der DNA? Die DNA kann durch UV passieren, auch durch andere Strahlen, aber vorwiegend UV, Licht, Sonne. Da unterscheidet man zwischen den UV-A- und B-Strahlen. Es scheint so, dass die UV-A-Strahlen mehr den weissen Hautkrebs verursachen und die UV-B-Strahlen mehr den schwarzen Hautkrebs. Wir haben zusätzlich auch den Unterschied, dass der weisse Hautkrebs mehr durch die Summe der Sonnenstrahlen ausgelöst wird und der schwarze Hautkrebs mehr durch das An- und Abstellen der Sonnenexposition, gerade in den Ferien, wo auch die weisse Haut dann plötzlich blaun oder manchmal eben auch rot wird. Es kann aber auch verursacht werden durch regelmässige Solarienbesuche. Auch das ist nachgewiesen, dass es eine gewisse Hautkrebs erzeugende Wirkung haben kann. Dann gibt es noch zahlreiche seltenere Ursachen, wie zum Beispiel Arsen-Exposition oder auch früher durchgeführte Röntgentherapien. Die können auch selten einmal zu Hautkrebs führen. Zusätzlich braucht es auch eine Veranlagung für Hautkrebs. Zum Beispiel die hellhäutigen, die blauäugigen, die rothaarigen, die haben eine verstärkte Empfindlichkeit gegenüber der Sonnenexposition und somit auch ein erhöhtes Risiko für Hautkrebsentwicklung. Diese sind auch die Personen, die auch in eine Vorsorge gehen müssten und ab einer Zahl von 50 Muttermalen zum Beispiel oder ein paar sehr grossen Muttermalen den Hautarzt aufsuchen sollten. Beim weissen Hautkrebs sind es vor allem die älteren Leute, die auch eine gewisse Zeit gerne im Freien verbringen, an den Bergtouren, Skilaufen etc. Diese bekommen ab 60, vielleicht schon ab 50 die ersten Hauttumoren und müssen von da eigentlich regelmässig in Kontrolle. 2 Untertitelung. BR 2018